Wir ziehen jetzt einfach durch, egal was jetzt. Egal, egal. Das sieht gerade geil aus mit dem Nebel. Seid ihr soweit? Okay, los. Ja, der mag es. Ich will Fernsehen, Fernsehen. Ich will Fernsehen, Fernsehen. Ich will, ich will Fernsehen, Fernsehen. Ich will. Ich will Fernsehen, Fernsehen. Ich will Fernsehen, Fernsehen. Ich will, ich will Fernsehen, Fernsehen. Ich will. Ich will Fernsehen, Fernsehen. Ich will Fernsehen, Fernsehen. Ich will, ich will Fernsehen, Fernsehen. Ich will. Ich bin Fiona Tofu, Sängerin, Schlagzeugerin und Gitarristin von Killing Tofu. Ja, ich bin Jim Tofu und sonst das Gleiche. Wir sind Killing Tofu. Da gibt es verschiedene Gerüchte, warum wir so heißen. Man kann das ja auch sowieso immer in zwei Richtungen gehen. Man kann einmal denken, dass wir, dass wir die Tofu sind oder dass wir über Tofu sprechen. Ja, du hast ja angefangen. Ähm, Moment. Es gibt doch immer zwei Richtungen. Entweder denkt man, dass wir, ach jetzt weiß ich es wieder. Können wir nochmal machen? Also einmal kann man ja denken, dass wir für Tofu sind und einmal, dass wir gegen Tofu sind. Nämlich einmal, dass wir Tofu killen wollen, im Sinne von wir wollen es beseitigen. Oder wir finden es besser Tofu zu töten als Tiere. Oder man denkt, weil wir ja Jim und Fiona Tofu heißen, dass wir vielleicht so Zitgedanken haben. Ja, und uns selber töten. Oder wir töten andere, als die töten in Tofu. Ja, oder wir sind von Resident Evil der Tofu Charakter. Okay. Zeit ist Geld und das ist nicht. Nein. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich will Fernsehen, Fernsehen, ich will Fernsehen, Fernsehen. Ich will Fernsehen, Fernsehen. Ich will Fernsehen, Fernsehen, Fernsehen. Ich will Fernsehen, Fernsehen. Ich will Fernsehen, Fernsehen, Fernsehen. Ich will Fernsehen, Fernsehen. Also wir haben eine Aussage in unseren Texten. Wir haben ja klare Texte, wir haben eine Meinung zur Gesellschaft, zu unseren Medien und zur Werbung, zur Manipulation. Wir wollen diese Message an die Leute bringen. Und noch mehr als das wollen wir eigentlich die Leute erreichen, die das genauso fühlen wie wir. Also das ist ja nicht, das ist so ein Song wie ich will Fernsehen, das ist ja nicht nur eine Aussage, das ist ja auch ein Gefühl, das man hat, wenn man das sieht. Ein Bauer sucht deine Frau, doch ich bin kein Bauer, was soll ich damit? Wir wollen Leute erreichen, die das gleiche Gefühl haben. Was ist das für eine Frage? Wir finden die Lila Weiß gut? Ich will Fernsehen, 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 spielen würden. Wir hatten vorher noch verschiedene Ideen. Ich hatte mir noch einen Drumcomputer besorgt und versucht so Drumbeats zu programmieren und Fiona spielt ja auch, hat ja ursprünglich vor vier Monaten gar nicht Schlagzeug und Gitarre gespielt, sondern Klavier und wir wollten eigentlich vorher mit Keyboards noch arbeiten, aber... Jim wollte vorher mit Keyboards arbeiten. Ja, aber... Mit Hänge-Keyboards. Umhänge-Keyboards. Aber als wir dann nicht für Fernsehen geschrieben haben, haben wir gemerkt, dass das am besten funktioniert mit Schlagzeug und Gitarre. Das hat einfach viel mehr Power gehabt als ein ganz anderer Scheiß. Ja, aber das hat jetzt nichts über ich mir Fernsehen gesagt. Ja, dann kannst du ja noch was dazu sagen. Ja, ich will Fernsehen. Ja, ich will Fernsehen. Du kannst nicht, ne? Nee, ich muss ja. Okay.